Gine ist die dritte. Vorher darf Chutti handeln. Ey, ich starte mal aus. Mal was ganz Neues. Ja, das letzte Mal hast du mir die Hosen runtergelassen. Eieieiei. Ich dir? Ah ja, übertreib einig. So, du musst einfach... Okay, ich kann nicht... Nein, Punkt. Okay, das ist übersichtlich. Mhm. Du hast da... Was macht der? Ey, zurück. Was macht der? Ja, so. Boah, nicht schlecht. Boah, ja, ist ein Masterzug. Absolut brillant. Fürchte dich. Let me tell you to take it. Wow, okay. Ah, nehme ich den. Humer, Simpson. Mhm. Ich finde, zufriedene Bauern sind gute Bauern. Humer macht zufried... Das ist echt alles anders. Bing. Aber was hat die jetzt... Humer macht zufriedene... Oh, no, you have... Das ist überhaupt nicht wie Bauern. Was? Humer. Humer macht zufriedene Bauern. Nee, wo? Ja, er macht einen Happy. Und ihr... Oh, nee, jetzt habe ich den Schei... Oh, ich kann hier zum Glück... Mein Gott. Was? Ich habe soeben eine Mine abgebaut. Ja, ist doch gut, um Mine zu bauen. Ach, abgebaut. Abgebaut. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so der beste Move. Ja, herzlichen Grenzen. Die Pyramiden, die wären natürlich schon nett. Ja, sind nur so teuer beim Bauen, finde ich immer. Ja, aber die kosten allergleich viel. Nee, die kosten unterschiedlich. Die wurde im Urgebäude... Achso, 6, 6. Nee, du hast recht. Ach, ich versuch's mal. Kann ich jetzt noch was machen mit Humer? Weiß ich nicht. Ich sehe immer noch nicht, was du tust. Ich glaube, ich könnte, aber da ich keine Ressourcen habe, hat sich das irgendwie erledigt. Ah, dover Bauer. Dies ist sehr traurig. Tim hätte gerne gebaut. Wie hast du das eingestellt? Du siehst jeden Zug in Zeitlupe? Watt? Wie in Zeitlupe? Ich muss das umstellen, weil ich habe alles auf schnell angestellt. Gamespeat, äh, OI Singleplay Instant. Fast habe ich. Alles auf fast, okay. Bei die Valentini habe ich nichts gesehen. Stimme zu, die ist schnell, ja? Valentini ist ein Mann. Das ist der Lieder. Das ist ein Männer. Ja, ja. Perfekte erste Runde bei mir. Was war denn das? Bitte? Was war denn das? Das war ein unzufriedenes Schnalz mit der Zunge. Und wieso? Weil ich scheiß, ähm, Military Actions gezogen habe. Und da oben nichts ist, was mir gefällt. Code of Laws. Mhm. Ja, Gesetze braucht das Land. Na gut, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das mal. Das ist ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt bei jemandem anderen rein spioniere, dann sehe ich deinen Zug nicht automatisch. Ja. Ja. Musik Ich hab gefriert, das ist ein guter Muff. Der Computer, der wird uns übrigens vollkommen niedermachen. Ich seh's auch klar so, wie hat er so schnell ein Ding bauen können? Und was bauen können? Wie hat er so schnell das Tal bauen können? Ach, der hat das schon Sex, wie ich so. Der hatte den Kartograf mit extra Militärstärke und oben das Moden mit extra Militärstärke. Genau das. Wenn ich jetzt ein Militär baue, habe ich Unzufriedenheit, das ist blöd. Nöp. Dich, der Untertitel hat. Und das ist nicht so. Ich hab's gut. Ich hab's gut. Und das ist gut. Ihr habt beide zwei Labs, ja? Du bist, ne? Ja, ich überlege. Ich wusste nur nicht, ob du das mitbekommen hast. Alles gut. Sehr stressig. Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Schutti tut dir ganz viele Dinge. Der randaliert regelrecht. Das ist ein Quatsch. Achso, wer verbindet sich hier mit Valentin? Hey, das ist ja keine Frau mehr, ne? Achso. 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 Amen. Amen. Oh, die macht uns fertig, ich sag's dir. Ich hab keinen freien Worker, nein, 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 nein. Ich schon. Doch, ich hab einen, boah. Ne, du hast einen unzufriedenen Worker. Ja, der ist jetzt zufrieden, der abeilt in dem Tempel. Nein! So, jetzt bin ich echt ein bisschen planlos. So, jetzt bin ich auf. So, jetzt bin ich auf. So, jetzt bin ich einfach ein bisschen planlos. So, jetzt bin ich auf ... Das geht ja gar nicht. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. 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 Ich brauche mehr Ressourcen, aber da sind keine. Das macht das Ganze nicht leichter. Das macht das Ganze nicht leichter. Oh jetzt, lass mich in Ruhe! Ich war's nicht. Das war's mal. Oh, schön. Ich will hier nur in Ruhe siedeln. Hast du nicht mit Valentin gerechnet? Ahhhh. Was muss ich fast aufreißen? Ja, mach ich immer gerne. Ahhhh. Ich muss was abreißen? Wieso? Was sicher? Das ist ja gut. Achso, ein Farm, Oberm Building oder Miner. Ja, das ist doch nett. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Das ist doch ein Baum, das war's, und dann Wissig Möhn. Das war's für heute. Ahhhhhhh. Ahhhhh. Ahhhhh. Ahhhhhhhh. Ahhhhhhhh. Ahhhhhhhhhhh. Ahhhhhhh. 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 42-45-50 juice. Ahhhhhhhhhh. Attach aufklaring. Ahhhhhhh. 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 Man sollte ja meinen, dass plus 4 Kultur irgendwas bringt, aber irgendwie hat der Gelbe immer noch mehr als ich. Also, oder gleich viel. Hm. Ah, ich kacke hier voll ab. Hey, wir werden schon ein bisschen vorgeführt von diesen Computerspielern, ja? Hm. Ach, schade. Tschüss, Samurabi. Bitte was? Ich habe mich nur von meinem Leader verabschiedet. Was passiert? Ja, der ist vom vorletzten Zeitalter, der muss abtreten. Achso, das ist aber auch gar nicht. No. Achso, doch. Jetzt, ja. Okay. Ja, jetzt reicht es aber. Что? Hahaha. Ahem. Hmm. Oh, schön. Ist gut. Alle Zivilisationen. Habe ich überhaupt noch Population? Ich habe jetzt irgendwie zwei verloren in diesem Zug. Meine Güte. Lose an Idle Worker. Lose an Idle Worker. Und tschüss. Also das ist jetzt so problematisch für dich. Du hast doch noch zwei freie. Ja, die sind jetzt alle weg. Achso. Die sind doch noch nicht abgehandelt, ja? Moment, außer... Ah, okay. Increase your population, build a warrior. Increase your population, build a swordsman. Ja, das mache ich doch. Ich muss ja aufrissen, um euch um. Ich habe nichts getan. Möchte ich nur was erwähnen. Möchte ich verte, weil ich Chr. Okay. Scheiße, ich hätte gerne den Ocean-Line-Service gehabt. Ich? Ich finde er ziemlich stark. Er ist ziemlich stark. Oh. Nevermind. Habe ich irgendwas gesagt? Nee, ne? Ich glaube nicht, Tim. Es kommt noch keine Kolonien. Ich habe auch keine ausgespielt, weil wir einen sehr starken Computer haben. Mit plus 3 auf Kolonien. So, mal Übersicht, plus 1, plus 1. Imini-Scores equal to the amount of science he produces. Ihr habt alle 3 science. Das ist richtig, ja? Mein Gott, wieso bin ich so schlecht? Weil ich ein Wunder dafür gebaut habe. Warum muss ich ein Gebäude abreißen? Äh, weil wegen der Seuche verließe Norwald. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Alle gegen Valentin. Ja eben. Oh, nein, mein anderer Packt ist weg. Fuck. Jetzt weiß ich, warum es hätte ich nicht annehmen sollen. So, jetzt habe ich aber endlich alles, was ich brauche. Ich produziere Nahrung, ich produziere Ressourcen. Das war's. Ich bin dieustabe. Ich bin derogg aus. Das war's für heute. Ich bin derước from... Ich bin der аль. Und Schutti-Tutti-Tutti-Dinner. Boah, der hat jetzt vier Schwertkämpfe. Ei, Digga. Ja, nützt nur nicht so viel. Warum nicht? Dann krieg ich auch kein Lieder mehr jetzt, oder? Kommt da noch was? Ja, gut. Wir wissen alle, worauf das hinausläuft. Was? Nein! Dass ich das noch erleben darf! Ich wollte das doch gar nicht haben! Doch, nehm ich. Ja, gut. Kleine, gerade kurzzeitig so. Was weiß ich? Meine erste Kolonie. Meine erste Kolonie. Ich bin zu dem. Ich bin zu dem. An der Liederschläge. Ich bin zu dem. Ich bin zu jedem. Wie ist es? Ich bin zu dem. Ich bin zu dem. Da oben könnte ruhig auch noch mal irgendwie sowas wie ein Wunder kommen, ne? Oh, das ist Internet. Ach, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Ja, ist auch ziemlich teuer. Aha. Ja. 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 Ja, das ist jetzt fies. Was? Okay, schnell a turn. Aber Burger King kann ich mir nicht entgehen lassen. Na gut, wenn du Burger King hast, dann möchte ich aber wenigstens das Internet haben. Das ist schon interessant, bei den Weltwundern geht es ja um zivilisatorische Grossereignisse oder kulturelles Erbe oder was auch immer. Und Fast Food ist eins davon. Ja. Ja. Das ist doof, warum hab ich das überhaupt gekauft? Was ist die Reißkopf? Interessant, die Reißkopf geht jetzt voll auf Kultur. Machen wir das nicht gerade alle? Verdammt, ja natürlich, warum eine Strategie? Ja klar, gib dem Game noch mehr! Ich kann dich auswählen, was da oben kommt! Ja, da haben wir dieses gute Spiel gespielt und naja, wir haben verloren gegen eine künstliche Intelligenz! Hm. 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 Das macht mir leicht Sorgen, dass der so unendlich stark auch im Militärbereich ist, ne? Hm. 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 Hanım, horizon große Amen. Oh, man kann nicht mehr Gebäude vom gleichen Typen haben. Man kann nicht mehr Gebäude vom gleichen Typen haben, was meinst du mit? Ich wollte gerade einen vierten Computer bauen und das geht nicht. Du meinst, eine begrenzte Anzahl Arbeiter pro Gebäude, meinst du? Ja, so gesehen, ja. Das hat mich gerade etwas überrascht. Ja, bis zur letzten Zivilisationsstufe kannst du, glaube ich, nur zwei reinquetschen und danach drei bei der letzten. In sowas. Schon zuvor. Also meine Oper kriege ich auch nur zwei rein. Die Autor. Tja, dann fehlt mir eine Zivilaction. Alles wieder zurück. Also. Ich muss das erforschen. Das geht auch nicht. Das geht auch. Half- Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und Tim so, oh, oh, oh. Ja. 36. Und ich muss auch noch das Internet zu Ende bauen. Das ist der letzte Zug, oder? Was mache ich denn noch? 3, ich habe... Mit 3 Erz mache ich überhaupt nichts mehr. 3, du hast 9. Achso, warst du schon... Ja, ich habe ja noch den Imbiss fertig gemacht. Ja. Das war's, oder? Ja. Ich mache jetzt auch noch das Internet fertig, aber... Die 36, die macht mir noch zu denken. Was kriegt der? 5 Ruhm pro und einen pro? Boah, wenn ich verliere, ist das der Sieg für den Gelben, ne? Ja, ich denke... Ja, ich denke... Kauf sie alle, damit ich an die Militärtheorie rankomme. Ah, ich fürchte, das war nicht genug. Also... Äh... Ja, wie schaffst du jetzt noch das 26... Wie hat der das so schnell aufgerüstet? Das ist echt krank. So. Also. Wie schaffst du jetzt noch das so schnell aufgerüstet? Das war's für heute. Ja, auf mehr komme ich jetzt. Ich habe gerade verdammt viel abgegeben. 21. Ja. Der darf noch mal? Ja, ich habe gerade verdammt viel abgegeben. Ich bin immer so schlecht bei diesen Schlussereignissen. Ja gut, hätte er mich nicht mehr fallen, dann wäre ich vor ihm gewesen. Dieser scheiß Krieg. Dreiunddreißig. Ich bin voll schlecht. Ich spiele wieder Bloppo.